Hallo Annelle und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Minecraft-Command-Vorstellung. Und zwar schauen wir uns heute mal den Lightning Bolt an. Und zwar gibt ihr, wenn ihr den Game Mode 1 oder Cheats halt ganz einfach enabled habt, habt ihr die Möglichkeit verschiedene Commands zu setzen. Und ich habe hier schon mal einen Command vorbereitet. Das ist der Command slash summon und dann Minecraft-Doppelpunkt-Lightning Bolt. Das ist im Grunde genommen für Blitz. Und dann habt ihr noch die Koordinaten. Das ist an der Stelle die erste Koordinate, ist die X-Koordinate. Die zweite, das ist die Y-Koordinate, also die Höhe. Und das letzte ist die Z-Koordinate. Und wir setzen jetzt einfach mal einen Blitz ab mit der Enter-Taste. Gucken mal und da haben wir auch schon direkt einen Blitz in unsere Lightning Bolt eingeschlagen. Wie die funktioniert, gibt es eine Vorstellung in einem anderen Video. Und da könnt ihr einfach mal, zack, könnt ihr einfach ganz einfach, relativ einfach, irgendwelche Blitze generieren. Das ist doch toll. Das können wir jetzt hier zum Beispiel noch sagen, dass wir das Ganze nochmal ein bisschen erhöhen. Zum Beispiel auf 30. Dann wäre das hier oben. Gucken wir uns das zum Beispiel nochmal an. Zack. Und da wäre der Blitz. Und ja, das war es an der Stelle von diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich für's Einschalten und bis demnächst. Ciao.